Dirk und Andrea haben zwei Kinder und sind beide berufstätig. Sie haben niemanden, der sich in dringenden Fällen um die Kinder kümmern könnte. Sie müssen ihre Termine immer absprechen. Sie reduzieren die Arbeitszeit und haben dadurch weniger Geld. Unsere Plattform Familie und Beruf.online kann Ihnen helfen. Jetzt auch als App vollkommen kostenlos. Hier finden Sie nicht nur Informationen über finanzielle Hilfen, auch Ganztageskindergärten und Kinderbetreuung. Mit Hilfe der vielen Infos bekommen Sie Ihren Alltag mit Beruf, Kindern und Privatleben viel besser geregelt.